Musik Das Sommersemester neigt sich mal wieder dem Ende zu, der Klausurstress beginnt und somit natürlich auch das schöne Wetter. Für die OrgaTV-Gruppe heißt es jetzt Abschied nehmen, aber nicht, bevor wir nur einmal die Highlights unseres Semesters und wie passieren gelassen haben. In unserer letzten Sendung wollen wir uns natürlich gebührend von euch verabschieden. 13 Sendungen hat unser Team auf die Beine gestellt und euch damit durch Semester begleitet. Wen ihr bis jetzt aber noch nicht vor der Kamera gesehen habt, den werdet ihr spätestens am Mittwoch kennenlernen. Denn hinter OrgaTV steckt ein kreatives, 19-köpfiges Team, das jede Woche für euch aktiv war und nun endlich die Sektkorken knallen lässt. Außerdem am Mittwoch Robin Woll, der Gewinner des Science Slams. Also feiert mit und schaltet ein. So, den Sekt gehe ich jetzt mal für Mittwoch kaltstellen und bis dahin begnügen wir uns noch mit einem kühlen Gierschen. Prost! 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 Prost!